Weil wir, glaube ich, eine sehr gute Kollegialität auch unter allen Vereinen, erste, zweite Liga und den Manager und auf der Geschäftsführer-Ebene vor allem auch pflegen. Das habe ich am Montag erst wieder gemerkt, als ich auch mit Hasan Salihamidzic gesprochen habe, was ein sehr gutes Gespräch war, aber auch mit meinen ganzen Kollegen auch. Und komischerweise hält sich der ein oder andere nicht daran und das ist eben schade, weil ich das in der Form nicht kenne, persönliche Angriffe sind mir da im Endeffekt fremd, weil es geht hier um die Vereine und dann kann man schon mal Dinge ansprechen, die vielleicht dem einen oder anderen nicht gefallen, aber die Tonalität muss stimmen. Aber ich lasse es einfach mal so stehen, weil auch, wie ich gesagt habe, der Fußballfan draußen, der weiß schon Bescheid und kann sich sein eigenes Urteil darüber bilden und der wird es auch gebildet haben nach den Sprüchen da. Bis zum nächsten Mal.